Hallo, schon wieder ein Kopf. Was los mit dir? Nice, schon wieder ein Kopf. Noch ein Kopf. Ich komm nicht mehr ganz hinterher. Kopf! Alter. Kopf! Hallo und willkommen zum zweiten Teil von den Crates öffnen. Heute haben wir 3200 1er Crates in Gesamtwert von 36.000 Karis und zusammen mit dem netten Shandu. Hallo. Ja, wir nehmen gleich einen Anschluss von den 0er Crates auf und wir sind immer noch richtig buff. Ja, das sind wir. Ja. Aber es geht gleich weiter. Hier sind die ganzen 1er Crates. Mal schauen, wie viel Glück wir diesen haben. Letztes Mal hatten wir auf jeden Fall mega viel Glück. Vor allem mit diesem geilen Trankkopf. Und dann will ich nicht so lange schmacken. Gleich in die Timelapse. Ich fang gleich mal mit den Eltern Crates an. Und gleich ein Kopf. Gleich nach dem Anfang. Ein Kopf. Du blatt. Entfernen. Du blatt. Und dann gehen mal mit den hosen Kamm. Du blatt. Ich fang gleich mal mit denます. Ich fang nicht mehr. Und einen Kopf bekomme. Bis zum nächsten Mal. Ein anderes Haus diesmal. Und noch ein Kopf gleich. Nice. Ja. Stellst gleich wieder auf. Okay. Nice. Das war's. Das war's. Das war's. Ja. Ja. Bein... Noch ein Kopf. Ja. 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 Hm. Ich überziehe jetzt einfach mal die ganzen Köpfe 사라. Alles klar. Du eh, du eskalierst langsam. Du musst schnell machen. Nein, nein. Alles klar. Ich bin irgendwie jetzt nur noch der Laufbursche. Ich stelle den jetzt auch noch hier hin, ne? Ja. Komm, komm, fass mal reingesammelt schon. Jo. Die ganze Gangs raus. Grünköpfe sind auf jeden Fall nur ein 900k wird. 900k? Äh, 900 nur. Zeugköpfe. Unicorn. Ich hab das Unicorn. Ein Einhorn? Ja, dir. Wollen wir keinen? Das ist ein Einhorn. Ja, ein Unicorn. Das ist dieses Unicorn, ja. Ist das viel wert? Keine Ahnung. Hauptsache ich hab ein Unicorn. Ja. 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 Das war's jetzt mit dem zweiten Teil. Hat wieder mega viel Spaß gemacht. Ich bin gar nicht hinterher gekommen, die ganzen Items einzeln zu ziehen. Dass er Shando alles alleine geöffnet hat. Gefühlt. Aber. Ich bin nicht mehr dazu gekommen, die ganzen Köpfe auszustellen. Aber. Ihr seht. Es sind mega viele Köpfe wieder geworden. Alter. Der Shando hat. Der Shando hat so viel Lack. In Köpfe ziehen. Ich hab auch bisschen Lack. Aber Shando hat so viel geilen Lack. Auf jeden Fall. Das hast du mit dem zweiten Teil. Wir sehen uns im dritten Teil. Wo die Quade zweier dran sind. Alles dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.